Wär ich der Afro von Paul Breiner und das Hirn von B.L.A.B. Richtig, dann bin ich echt okay, dann geht's mir gut. Hält ich den Bart von Wolfgang Thierse und die Zähne von Farine U. Das Portemonnaie von Boris Becker, der gehört nicht dazu, dann geht's mir gut. Welche tolle Vomordriebe und die Zähne von dem Mann in mir. Oder das politische Credo von Fennig Liemann, oh man, wie gut ging es mir, dann geht's mir gut. Fennig Liemann, oh man, wie gut ging es mir, dann geht's mir gut. Fennig Liemann, oh man, wie gut ging es mir, dann geht's mir gut. Fennig Liemann, oh man, wie gut ging es mir, dann geht's mir gut. Fennig Liemann, oh man, wie gut ging es mir, dann geht's mir gut. Hör! 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 Ihr Glücklichen, ihr hört das zum ersten Mal! Wir haben den ganzen Nachmittag damit zugebracht, immer blüht zuzuhören! Und hat es sich gelohnt? Hör! Ich frage euch, hat es sich gelohnt? Hör! Wie ruhig das? Später! Warum später? Warum aufschieben, was unvermeidlich ist? Baker Street? Wie höre ich nach Baker Street? Komm schon mal, das war halt auf! Komm schon mal! Das war halt auf! Das war halt auf! Vorreden! Aus mir ist leider nichts geworden Ich will nur ein kleines Licht Hey Leute, und wenn ihr euch fragt, ob mich das stört Sag mal, stört dich, was? Nein, das stimmt nicht Das stört dich 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 nicht